Ihr erster Tag. Hannah Wagner. Frauke Jakobs, willkommen in Schwalitz. Und schon steht ihr Kollege unter Verdacht. Was ist passiert? Ich weiß, ich bin auch gerade hergekommen. Wir müssen einem ernsten Hinweis nachgehen. Sind Sie im Besitz eines Revolvers? Da ist er. Im Moment besteht gegen Herrn Jakobs der dringende Tatverdacht des Mordes. Ich habe Herrn Bank nicht erschossen. Ich brauche Ihre Hilfe. Nord bei Nordwest. Nächsten Samstag. 2015